Soda-le-Bastelzeit und wir sind wieder zurück mit denen hier. Das sind so Funk-Zwischenstecker, wo man mit einer Fernbedienung dann Geräte ein- und ausschalten kann. Die hatte ich vor ein paar Folgen mal hier auf dem Kanal gezeigt. Damals habe ich sie repariert. Die hatten nicht sauber funktioniert, gingen immer wieder mittendrin aus. Und ich hatte damals gesagt, es gibt zwei Sachen, die da wahrscheinlich sind. Nummer eins, das interne Netzteil hat einen Schaden und das war am Ende dann tatsächlich auch der Fehler. Oder Nummer zwei, jemand salbert rum. Und ich habe ja auch schon gesagt, dieses Rum-Salbern, das gucken wir uns natürlich auch mal an, weil hey, ich schätze nicht jedem ist bewusst, wie anfällig solche Dinger sind. Also gucken wir uns doch mal die Sicherheit von solchen Funk-Steckdosen hier an. Wichtiger Hinweis dabei, die Dinger hier haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sind wahrscheinlich relativ günstige Modelle gewesen. Es gibt natürlich deutlich bessere Modelle. Das hier ist eher so das untere Ende von Qualität und Sicherheit. So, wenn wir von Sicherheit reden, reden wir natürlich von der Funkschnittstelle. Wie kann man das Ding aus der Ferne irgendwie beeinträchtigen? Und wenn wir hier drauf gucken, dann sehen wir auch auf der Rückseite, dass das Ding hier auf 433,92 Megahertz arbeitet. Dieses 433, das ist ein offenes Band oder offiziell heißt es ISM-Band, Industrial, Scientific und Medical. Das sind Frequenzbereiche wie zum Beispiel 433 Megahertz, aber auch zum Beispiel 2,4 Gigahertz ist da relativ bekannt. 5 Gigahertz ist recht bekannt. Das sind Frequenzen, wo man ohne eine Genehmigung funken darf, also jedenfalls mit einem entsprechend zugelassenen Gerät. Deswegen sind die relativ beliebt, weil hey, wenn der Hersteller sowas baut, dann kann er das einfach so rausgeben und muss nicht für jedes Gerät dann irgendwie Zulassungen machen oder gar Geld abdrücken, wie es bei anderen Frequenzen eventuell nötig ist. Entsprechend verbreitet sind diese 433 Megahertz-Dinger in Deutschland auch noch. 868 Megahertz, das ist so das, nennen wir es mal neuere. Aber alles, was so wenig Datenverkehr hat, ist meistens bei 433 oder 868 zu finden. Zum Beispiel eben solche Steckdosen, aber auch Funkwetterstationen, Autoschlüssel mit Fernbedienung, das ist alles in diesem Bereich. Heißt also, wenn man so ein Gerät vor der Nase hat, ist man relativ gut damit bedient, auf diesen Bereichen zu gucken und da zu suchen, ob da das Gerät rumfunkt. Wir können uns das suchen sparen. Hier steht es ja drauf. Also 433,92 Megahertz. Um auf die Frequenzen einen Blick drauf zu werfen, da eignet sich sehr gut irgendeine Art von SDR, Software-Defined Radio. Also im Prinzip nichts anderes als ein Funkempfänger für einen PC. Die günstigste Möglichkeit, die hier auch funktioniert, das sind solche DVB-T-Sticks. Das sind eigentlich Sticks, die wurden dafür gebaut, Fernseh zu gucken am PC mit DVB-T, dieses über Antenne. Allerdings, der Hersteller, der hat sich damals gedacht, die ganze Arbeit machen, hier Fernsehen auf einem Chip zu machen. Das ist sehr viel Arbeit, das lassen wir weg, das kostet uns sonst nur Geld. Und was der gemacht hat, ist, die rohen Funksignale vom Fernsehsignal zu holen, die bis zum PC durchzuleiten und erst der Treiber bzw. die Software, die man installiert, die wandelt dann diese ganzen Funksignale wieder zurück in ein Bild um. Heißt aber, wir kriegen die rohen Funksignale in den Rechner und glücklicherweise gab es da ein paar Leute, die das erkannt haben und da passende Software gebaut haben. Das Ganze nennt sich dann RTL-SDR und ist nichts anderes als ein bisschen Spielen mit dieser Hardware. Statt hier die Fernsehfrequenzen zu nehmen und die umzuwandeln in Bild, nehmen wir uns die Rohdaten und lassen uns die hier anzeigen. Dieser Empfänger, der geht dabei nicht nur auf die Frequenzen, wo früher DVB-T war oder heute wahrscheinlich immer noch, sondern auch viele andere Bereiche, einfach weil man sich gesagt hat, okay, vielleicht wollen wir auch normales FM-Radio hören oder sowas. Deswegen gibt es ein Riesenband und Überraschung, 433 MHz fällt da drunter. Praktisch für uns. Ich gehe jetzt hier mal in die Software GQRX. Das ist eine, womit man sowas benutzen kann. Und was wir jetzt hier sehen, das ist im oberen Bereich die Frequenzen, die wir jetzt hier gleichzeitig empfangen können. Und zwar sehen wir aktuell alles zwischen 433,6 MHz auf der linken Seite und rechts den 435,2 oder sogar noch ein bisschen mehr. Aktuell ist alles gelb. Gelb heißt in dem Fall, das ist halt dieses gelbe Niveau an Leistung, was da ist. Wenn wir jetzt aber den Knopf drücken, dann sieht das hier so aus. Ah, roter Strich. Und wir haben oben auch so eine Spitze gesehen, kurzzeitig. Ja, das ist dieses Signal, was unsere Fernbedienung sendet. Das können wir jetzt hier wunderschön sehen. Beziehungsweise nicht nur sehen, wir können es tatsächlich auch hören. Einfach, wenn wir mal hingehen und hier den Empfänger auf Audio schalten, dann klingt das hier so. In den meisten Fällen wahrscheinlich nicht gut zu verstehen, weil, naja, sind halt Computerdaten. Aber wer sich ein bisschen damit auskennt, der kann da schon grob erkennen, dass das einfach OOK ist. Also wir kodieren im Prinzip dadurch, dass wir senden oder nicht senden, da Einsen und Nullen rein. Respektive wahrscheinlich ist es durch die Länge oder so. Wir müssen uns aber auch gar keinen großen Kopf drum machen, denn, naja, Audio ist eine Sache. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen praktische Hilfsmittel, die da direkt das Ganze dekodieren können. Und, naja, wenn wir Dinge direkt dekodieren können, dann machen wir das doch, oder? Und zwar gibt es in dem Dunstkreis von diesem RTL-SDR ein wunderschönes Tool, was uns da weiterhilft. Nämlich RTL-433. Ja, 433. 433, irgendwas Megahertz. Hm, das könnte eventuell passen. Wenn wir uns hier mal die Hilfe dazu angucken, dann sehen wir einen riesigen Block an Hilfetext, der uns alles erklärt, was wir machen können. Am wichtigsten aber, wenn wir oben gucken, dann steht hier Generic RF Data Receiver and Decoder for ISM-Band Devices using the RTL-SDR and SOPI-Link. Ja, RTL-SDR haben wir. Und, ähm, ja, Generic RF Receiver heißt in diesem Fall einfach, dass hier diverse Decoder drin sind, die die Signale von verschiedensten Sachen wie eben diesen Wetterstationen, irgendwelchen Fernbedienungen und so auseinandernehmen können und uns in ein lesbares Format verwandeln können. Klingt gut. Also benutzen wir das doch einfach mal. Kleiner Hinweis an der Stelle. Ich bin hier in einem, ja, mehr oder weniger Bunker. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier irgendwas von den Nachbarn empfange, ist nahe null. Ihr müsst nämlich immer aufpassen, ihr dürft nur Dinge empfangen, die auch von euch selber ausgestrahlt werden. Also, Nachbarn abhören wäre böse. Also, starten wir das Ganze mal. Einfach ohne jegliche Parameter. RTL 433. Drücken Enter. Dadurch, dass ich nur eins von den Geräten angeschlossen habe und Standardfrequenz nutzen will, passt das. Wir sehen jetzt hier, er hat automatisch auf diese 433,92 MHz da getunt. Und aktuell wartet er quasi da drauf, dass irgendwas da an Signal reinkommt. Das kriegen wir hin. Gehen wir nochmal zu unserer Fernbedienung und drücken einen Knopf. Und hier so sieht das Ganze dann aus. Wir haben die Zeit, wann das Ganze reingekommen ist. Wir haben das Modul, was jetzt hier Proof Security und Nexa Security ist. Und wir haben einen House Code. Und wenn wir andere Knöpfe drücken, das sieht relativ ähnlich aus. Wir haben ein State On Off. Wir haben eine Unit, die sich ändert. Das ist wohl abhängig vom Knopf, den wir drücken. Also, ich denke, wir können relativ sicher sein, dass wir hier an der richtigen Stelle sind. Und das heißt also, in dem Fall hier, ich habe den Off-Knopf gedrückt von der Nummer 0. Das heißt also, den obersten Button. Und hier oben sehen wir auch On Unit 0, oberster Button. Das heißt also, wir können hier auf jeden Fall zusammen mit diesem House Code, der wohl mitgesendet wird und so als Unterscheidung dienen zwischen den Dingern, relativ sicher sein, dass wir hier unser Gerät haben. Und wir können schon mal mitlesen, was wir denn hier machen. Und an der Stelle könnten wir das schon so ein bisschen benutzen. Wir könnten das nämlich jetzt zum Beispiel in der Haussteuerung machen und dann sagen, okay, wenn wir auf der Fernbedienung On drücken, dann geht ja die Steckdose an. Aber ich möchte zum Beispiel auch irgendeiner Smart-Glühbirne oder so auch noch eine Info schicken. So hier, du gehst jetzt auch an und so Dinge kombinieren. Und das Interessante, was hier ist, ich habe da festgestellt, dass wir irgendwas decodet haben, irgendeine Verschlüsselung gesehen haben. Nö, haben wir nicht. Wir sehen einfach nur, okay, da kommt was rein und das und das bedeutet das. Die Daten gehen also unverschlüsselt über die Funkschnittstelle. Das Einzige, was euch davor schützt, dass euer Nachbar eure Geräte einschaltet, ist in diesem Fall dieser House Code, der mitgesendet wird. Der Schutz besteht also einfach nur darin, dass seine Geräte einen anderen von diesen Codes haben als die Geräte, die hier liegen. Und das ist schon mal so eine Stelle, an der ich sagen würde, okay, wer auch immer das gebaut hat, Sicherheit war da keine Priorität oder überhaupt kein Thema. Das sind Dinge, die kann man mit einfachsten Mitteln, könnte man sowas verhindern. Selbst zur damaligen Zeit gab es schon ICs und solche Sachen, die problemlos in der Lage waren, Verschlüsselung zu fahren. Und da hätte man verhindern können, dass hier jeder mitlesen kann. Sagte ich mitlesen? Wer sagt denn was von mitlesen? Denn was anderes, was wir nicht hier sehen oder gar nicht dabei stehen haben, das ist eine Art von Zähler oder sowas. Heute macht man das nämlich selbst bei unverschlüsselten Sachen eigentlich so, dass man einen Zähler hat. Das heißt, wenn ich on drücke, dann schickt er, hallo, ich schalte dich zum ersten Mal an. Wenn ich nochmal drücke, sagt er, hallo, ich schalte dich zum zweiten Mal an. Warum macht man das? Naja, das macht man, um sogenannte Replay-Attacken zu verhindern, also das Wiederholen von einem Befehl. Wenn man jetzt nämlich hingeht und liest hier sowas mit, wo dann drin steht, okay, schalte bitte den Stecker Nummer 0 an. Dann kann ich es ja auch genauso wieder senden. Und dann kommt bei der Steckdose die Info an, schalt mal bitte Relais Nummer 0 an. Und es gibt nichts, was das verhindert. Wenn man so einen Zähler drin hat, dann kann wenigstens diese Steckdose dann sagen, okay, Moment mal, ich habe eben Empfang, ich schalte dich zum ersten Mal an. Und jetzt kommt der selber Befehl nochmal, ich schalte dich zum ersten Mal an, das kann nicht sein. Dann ignoriert er das. Das ist dann zumindest schon mal so eine zusätzliche Schutzschicht. Die bringt ohne Verschlüsselung realistisch gesehen dann nicht ganz so viel, wenn es wirklich einer probiert. Aber es hält zumindest mal so ein paar Spielkinder ab. Hier ist das nicht drin. Also, offensichtlich können Spielkinder damit auch rumspielen. Ich glaube, heute sind wir mal Spielkinder, also machen wir das. Und da großen Dank an den Kollegen aus dem Hackerspace. Der hatte nämlich zufällig so ein Ding hier in der Tasche. Das ist nämlich der Flipper Zero. Das ist so ein, wie heißt es so schön, Portable Multitool for Pentesters and Geeks. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Funksender und Funkempfänger in so einem Gerät drin. Was wir hier machen können, ist einfach mal aufzeichnen, was da reinkommt. Der hier kann das ähnlich, wenn ich das RTL 433 da decoden, was da gesendet wurde. Und kann das speichern. Der Trick hierbei ist aber, naja, dieser RTL SDR, das ist ja ein Fernsehstick. Der ist dafür gebaut, Fernseh zu empfangen. Nicht um Fernseh zu senden. Der kann also wirklich nur empfangen und nicht senden. Der Flipper Zero, der kann beides. Der kann senden und empfangen. Wichtiger Hinweis hier, wie üblich, ihr dürft nicht senden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es dürft, ist relativ gering. Dafür braucht er gegebenenfalls Zulassungen und Co. und bla und blub. Wie gesagt, hier sicher. Ich weiß, dass hier keine Funksignale rauskommen. Ich kann keinen anderen stören. Passt schon. Und wenn wir jetzt hier drücken. Überraschung. Wir können also jetzt ohne die Originalfernbedienung hier, einfach dadurch, dass wir einmal mitgehört haben, wie der Originalbesitzer was geschaltet hat, unsere eigene Fernbedienung bauen und die Geräte ein- und ausschalten. Ja, ähm, suboptimal. Vielleicht möchte man nicht, dass eure Nachbarn oder irgendwelche Leute auf der Straße mit euren Geräten Blinkenlights spielen können. Aber, wie schon gesagt, der Hersteller hat es halt komplett ignoriert und gemeint, das passt schon. Glücklicherweise ist es aber so, dass das noch eine gewisse Hürde darstellt, weil derjenige muss natürlich einen Flipper Zero haben und ich glaube, der offizielle Verkaufspreis war irgendwo bei knapp 200 Euro und aktuell eher mehr. Ja, das ist natürlich eine ziemliche Einstiegshürde. Gut, dass uns so viel Geld schützt, oder? Nö, das kriegen wir auch günstiger hin. Oder? Die Waffe, die ich nämlich noch in der Hinterhand habe, das ist das hier. Ja, Waffe ist vielleicht etwas groß gegriffen. Das Ding hier. Das ist somit das Günstigste, was man finden kann, wenn es um Funk geht. Das ist nämlich ein Sende- und ein Empfangsmodul, welches üblicherweise für Arduino verkauft werden. Beide zusammen kosten im Set so etwa einen Euro. Und, wie gesagt, wir haben einen Empfänger, das ist der hier, und einen Sender, das ist der hier. Die Dinger sind realistisch gesehen nicht gut. Die möchte man eigentlich nicht wirklich benutzen, aber sie sind einfach und sie sollten für hier den Zweck ausreichend sein. Und das ist halt für uns ja auch genug. Das heißt, wir gehen erstmal hin, holen uns hier den Empfänger, gucken auf die Rückseite und wir sehen, wir haben Ground, VCC und in der Mitte Data. Die beiden in der Mitte sind miteinander verbunden. Das heißt also, wir geben einfach mal Ground und VCC drauf. Das ist 5 Volt, muss man ein bisschen aufpassen, also nicht kompatibel mit irgendwelchen ESPs oder so. Und am Ende kommt hier bei Data ein Signal raus. Das klingt so, als ob wir das hinkriegen. Also, ich suche mir mal ein bisschen was an Stromversorgung und dann machen wir das mal. So, und wenn ich jetzt hier auf meine Knöpfchen drücke, auf der Fernbedienung, sehen wir am Oszilloskop das hier. Wenn wir reingehen, definitiv ein Muster zu erkennen und wir sehen auch, das Muster ändert sich, je nachdem, welchen Knopf ich drücke. Wenig überraschend. Ich meine, wir haben ja schon eben rausgefunden, dass das offensichtlich da irgendwelche Sachen sind, die man sehr einfach wieder auseinandernehmen kann. Und das ist auch so ein bisschen der Trick hier von diesen Dingern hier. Im Prinzip, was der hier macht, ist einfach diese 433 Megahertz Gedönsys da rauszuholen und einfach nur Signal oder kein Signal hier auf diesen Pins dann auszugeben. Im Sinne von OOK, On-Off-Keying. Ja, empfangen können wir jetzt. Jetzt brauchen wir noch zwei Sachen. Wir müssen das Signal irgendwie speichern und wir müssen das Signal irgendwie wieder rauskriegen. Nun gut, zum Speichern könnte man jetzt natürlich irgendwie in die große Kiste mit den ganzen Mikrocontrollern greifen, sich irgendeinen Arduino oder so holen. Aber ganz ehrlich, wir wollen es günstig halten. Also gehen wir einen noch einfacheren Weg. Und der sieht hier so aus. Ja, was hier schon so leicht zerlegt ist, das sind die Überreste einer USB-Soundkarte. Und so eine USB-Soundkarte, die hat im Prinzip, also zumindest mal die meisten, drei Sachen. Ein USB-Anschluss, womit wir zum Rechner gehen können, ein Mikrofoneingang und einen Soundausgang. Wir wollen etwas in den Rechner reinkriegen, also holen wir doch einfach hier unser Signal und legen das auf unseren Mikrofoneingang, oder? Ja, fast. Das wird nämlich nicht so dolle funktionieren. Warum? Wir haben beim Mikrofoneingang üblicherweise Pegel von ein paar Millivolt, haben aber hier einen Ausgang, der 5 Volt an und aus macht. Einfachste Möglichkeit, das Ganze runterzukriegen. Ich meine, wir reden jetzt nicht von so hohen Frequenzen. Jups, ich habe mir einfach hier einen Spannungsteiler gebaut, der dann dafür sorgt, dass wir hier ein deutlich kleineres Signal kriegen und entsprechend können wir jetzt hier das Ganze von diesem Empfänger hier in unseren PC reinkriegen. Zur Aufnahme da benutze ich irgendwie Audacity oder Tenacity, irgendeiner von den Forks halt, die nicht so viel Spyware drin haben. Und dann können wir jetzt hier unsere wunderschöne Aufnahme machen. Im Prinzip sieht das Ganze jetzt mehr oder weniger genauso aus wie unser Signal, was wir auf dem Oszilloskop hatten. Nur das, was wir jetzt im Rechner haben, als Audiodatei. Okay, so, wir haben Audio aufgenommen, wir haben ja noch einen Sender. Na, was könnten wir jetzt wohl nutzen? Audio abspielen vielleicht? Ja, das ist genau der Plan. War meine erste Idee, komm, wir verbinden das einfach hier dran, gegebenenfalls mit Spannungsteilern. Das Problem ist, naja, wenn ich das Frequenzband mir angucke, wenn ich das Ding in Betrieb genommen habe, dann sah das hier so aus. Und wenn ich eine Taste gedrückt habe, passierte nichts mehr. Eher ungünstig. Ja, was hier passiert ist, ist relativ einfach. Der hier, der erwartet ja wieder irgendwie ein Signal. Das muss in dem Fall nicht 5 Volt sein, kann auch weniger sein. Aber, ähm, naja, unsere Soundkarte, die wir hier haben, die macht da dummerweise eigentlich ein DC-Offset drauf. Und der sorgt dafür, dass der hier die ganze Zeit sendet. Äh, nicht gut. Was benutzt man nochmal, um einen DC-Offset rauszukriegen? Na, richtig. Ich habe einen Kondensator. Was ich also gemacht habe, ist mir hier so einen kleinen Kerker geholt, den dazwischen gelötet, äh, entsprechend dann hier unten, äh, wo ist mein Sender, da unten dran gelötet, ans Signalpinnchen. Ja, das ist diesmal der äußere, nicht der innere. Und wenn wir das machen, dann haben wir unser Signal hier entsprechend da rein und können jetzt hier mit unserer USB-Soundkarte senden. Heißt also, wieder unser RTL-SDR angefeuert. Einfach, dass wir zugucken können, was da so alles passiert. Und wenn ich jetzt hier auf Play drücke, dann kommt da ein Signal raus. Eventuell muss man ein bisschen mit der Lautstärke spielen, wenn es nicht sauber genug aussieht. Aber im Prinzip, das hier geht. Holen wir mal eine Steckdose und senden. Joa, ich würde sagen, funktioniert. Das heißt also, ich kann jetzt mit einem Euro an irgendwelchen Funkmodulen plus nochmal irgendwie, ich schätze mal, ein Euro, ein, zwei Euro für eine USB-Soundkarte, wenn man das nicht da hat, mir einen USB-Stick bauen, der die 433 MHz-Dinger sowohl empfangen kann, auswerten kann, was da los ist und auch senden kann, also selber die Steckdosen an- und ausmachen kann. Ja, so viel zu Schutz durch, das ist ja teuer. Ja, und ich denke mal, damit sind wir hier auch am Ende angekommen. Wir wissen jetzt, diese wunderschönen Funksteckdosen, man sollte sie vielleicht nicht für irgendwas benutzen, wo es unschön wäre, wenn jemand anders die auch steuert. Ja, kann halt jeder mitlesen und jeder, der 2-3 Euro ausgibt, kann die Dinger auch im Zweifelsfall fernsteuern. Einerseits kann es was Schlechtes sein. Ich hatte ja damals bei der Reparatur schon gesagt, ich hatte so im Hinterkopf, naja, vielleicht ist es ein Nachbar, der da Blödsinn baut und hier mehr oder weniger zum Stören einfach nur die Dinger ein- und ausschaltet. Das ist natürlich uncool. Kann aber auch eine Sache sein, die hilfreich ist, weil man könnte jetzt hier das einmal zusammenklemmen, an den PC anklemmen und dann die ganzen Steckdosen auch zum Beispiel an irgendeinen Home Assistant oder so anbinden und die Dinger mehr oder weniger smart machen. Mit Handybedienung, mit Timern, mit all dem ganzen heutigen Zeug, was ja dieses alte System mit den Fernbedienungen eben nicht konnte. Naja, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie man das Ganze fernsteuern kann, was man machen kann, wenn die Dinger nicht verschlüsselt sind und keine Replay-Protection haben und wie einfach es halt ist, die dann auch zu übernehmen. Dafür braucht man eben nicht mehrere hundert Euro auszugeben, um so einen Flipper oder ähnliche Geräte zu holen, sondern es reicht halt auch irgendwie ein günstiger Funksender und irgendeine Soundkarte, in jedem Fall halt USB, einfach weil ich es dann portable habe. Und auch wenn hier die Lösung halt sehr, sehr günstig und krude ist, wir haben ja gesehen, es tut, was es soll. Vielen Dank.